Auf den Arm jetzt, oder doch ein bisschen rumlaufen? Tolle Flügelchen, supertolle Möhrchenflügelchen. Bald schwörst du hier durch die Luft. Ja, kannst du glauben. Dann kannst du Mami hinterher fliegen. Und wenn Papi dann auch wieder fliegen kann, dann kannst du auch Papi hinterher fliegen. Und wo gehst du jetzt hin? So, wieder nach oben. Auf die Schulter hoch, ja. Dahin soll es gehen. Na, dann mach es dir da gemütlich. Die, du knisterst. Soll ich die nicht machen? Nein, bringe ich deine Federn durcheinander? Ha, unglaublicher Vorfall. Dann lassen wir das natürlich, ne? Will dich ja nicht durcheinander bringen. Du hübsch. So, und ja. Sagst du, dass ich müde bin, ne? Du siehst überhaupt noch nicht müde aus, Möhrchen. Ich glaube, das Möhrchen ist vielleicht doch eine kleine Eule. Was meinst du? Ist Eule bei dir mit drin? Ich hätte hier noch einen kleinen Abendsnick. Wenn du vielleicht noch was möchtest. Ist da was dabei für dich, was du magst? Nein? Na gut. Kein Betthupfer? Halbes Stündchen noch. Einverstanden? Dann geht Möhrchen schlafen. Das Eulenmöhrchen. Du siehst mehr. Du hast eine Lightshow hinter dir. Merkst du das? Die Frau erzählt immer komische Sachen, ne? Komische Sachen erzählt diese Frau. Na gut. Dann mach es dir jetzt mal gemütlich. Jena tippelt hier noch ein bisschen rum. Und dann geht's bald schlafen, ne? Süßbär.